Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu eurer neuen Folge. Heute gibt es etwas zu feiern, auch wenn Ellie nicht glücklich aussieht. Doch heute ist die 50. Folge. Freund, überlegt euch das mal. 50 Folgen. Ich brauche eine Waffe. Ja, du bekommst gleich eine Waffe, aber überlegt mal Freunde. Das ist aktuell die 50. Folge von The Last of Us. Und ich kann immer nur noch sagen, Freunde, das Spiel ist richtig geil. Wenn ihr das auch spielen wollt, dann schaut doch mal meine Videobeschreibung nach. Denn da ist ein Link, wo ihr zu diesem Spiel kommt. Wer hat geschossen? Nein, ich habe nicht geschossen. So, weh, die bringt mich heute zu diesem Lippe hier um. Das wäre nicht gut. Ach, du Kacke. Wo kriege ich jetzt eine Waffe her? Gut, die rennen hier draußen rum. Ich hoffe, dass der jetzt nicht reinkommt. Okay, anscheinend sind wir hier drin noch sicher. Aber ich gehe davon aus, wenn die Ellie schon sagt, sie braucht eine Waffe, dass hier irgendwo eine Waffe rumliegen wird. Gut. Wollen wir es wagen? Komm, los. Los, raus. Wow, 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 wow. Machen wir klar, Schiff, dann gibt's eine Stadtversammlung. Ach, du Kacke, wie machen wir das jetzt? Okay, komm her, dann mess euch dich erstmal richtig. Zack! Alter, die Kleine geht ab. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen Renvolver. Aber der Volver hat bloß einen Schuss. Das ist natürlich nicht viel. Weil mit einem Schuss können wir keinen umbringen. So, dass bei meinen Schießkünsten würde nie ein Schuss ausreichen. Okay, der kommt jetzt hier rein. Gut, der kommt von rechts. Oder? Zack, alter! Die Kleine geht ja richtig ab. So, wo ist der Nächste? Gut, da draußen. Oh. Fuck, 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 fuck. Komm, zeig dich. Gut, das ist wieder rausgegangen. Oh, das müsste der Letzte sein. Rein theoretisch müsste er hier in den Kreis laufen. Und er müsste gleich wieder hier sein. Richtig? Gut, anscheinend habe ich mich getäuscht. Gut, der ist da draußen. Los, komm her. Hoffentlich ist es bloß der eine. Hoffentlich. So, der ist dort. Oh, das klang aber ziemlich nah. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Hä? Alter, was war das gerade für ein Fehler? Der ist durch die Wand gegangen. Gut, wo ist der hin? Weh, da steht jetzt gleich vor mir. Ich dreh's so durch. Sag dich. Gut, wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay, da hinten ist er wieder. Ich würde sagen, ich schieße auf ihn zum Anlocken. Oh, 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 oh. Ach, hier ist noch jemand. Das sind zwei Personen. Und Messer. Los, komm, 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 Messer, 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 Messer. Oh. So, Munition. Komm, 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 zurück. Okay, jetzt ist bloß noch einer. Gut, jetzt ist bloß noch einer. Und den will ich auch messern. Wir müssen Munition sparen. Siehst du da drüben was? Okay, da ist er. Da ist er. Hallo, hey, alles okay? Oh Mist. Fuck, 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 fuck. Okay, okay. Okay, er ist tot. Ach, da sind noch mehr Leute. Gut, wieder zurück. Weil jetzt wissen die auf jeden Fall, dass ich dort bin. Was gibt's hier? Bitte Munition. Hier ist nix. Okay, hier können wir uns auf jeden Fall schon mal heilen. Gut, los, heilen. Komm, komm, komm. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder 100% gesund. Gut, aber ich glaube, wir müssen jetzt rausgehen. Wir müssen das Gebäude verlassen. Gut. Alter, ist das ein Schneesturm. Hier sieht man überhaupt nix. Gut, hier ist ein Feuer. Gut, hier können wir nicht reingehen. Okay. Komm, das schaffen wir. Komm, los, hoch, 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 hoch. Fuck. Die dumme Sau. Komm, 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 komm. Drück, 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 drück. Oh. Fuck, da ist noch jemand. Fuck, 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 fuck. Fuck. Ich hab keine Muni. Fuck, fuck, fuck. Scheiße. Ach nee, Freunde. Oh. So, los, nochmal da hoch. Wir wissen auf jeden Fall, dass da oben jemand ist. Gut, und den werden wir gleich richtig messern. Genau, jetzt sehen wir ihn. Ich hab vor uns nicht aufgepasst. So, pass auf, es kommt dann hier. Und messern. Zack. Genau. So, Munition. Perfekt, perfekt. Gut, den sind wir ausgeschalten. Gut, der zweite kommt jetzt nicht, da wir leise genug waren. Okay, vielleicht geht's ja hinten weiter. Gut, ich glaub, wir müssen hier oben bleiben. Okay. Okay. Wie kommen wir hier weiter? Okay, da ist eine Flasche. Okay, da ist der Nächste. Gut, ich hoffe, dass er alleine ist. Scheiße. Gut, den haben wir ausgeschalten. So, hoffentlich kommt jetzt nicht eine weitere Person. Ich glaub, hier kommt keiner mehr. Der rheinste Irrgarten. Ja, das kannst du laut sagen. Gut, hier sind wir sicher. Okay. Na los, hochkrabbeln. Gut, 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 gut. Ah, die Sicht ist richtig schlecht. Gut, hier können wir auf jeden Fall durch das Loch gehen. Ach, du Kacke. Fuck, die haben mich gesehen. Nein, nein, rein, rein, rein. Geh rein, geh rein, geh rein. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Komm, 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 komm. Renn, elli, renn, elli, elli, komm, 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 komm. Das schaffen wir. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Gut, Nullschuss Munition. Du musst hier irgendwo sein. Ich werde hier suchen. Du kannst uns nicht heilen. Ach du Kacke. So gut wie tot. Keine Munition. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Da ist jemand. Jetzt muss das Messer richtig gut funktionieren. Vermessern. Messern. Ja. Ja. Kommt Munition. Munition. Hallo. Scheiße. Da ist der nächste. Da ist der nächste. Ach ne. Das war bloß ein Feuerhydrant. Wir müssen auf jeden Fall wieder ins Gebäude zurück. Gut da ist der nächste. Oh Mist. Fuck. 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 Komm. 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 Ellie. Komm. Bitte. Komm mit mir. Mach mir Platz. Oh yes. Yes. Alter Schwede guckt euch doch mal die Lebensbalken an. Alter Schwede. Also jetzt reicht schon die kleinste. Jetzt reicht die kleinste Scheiße aus. Damit wir sterben. Gut. 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 Erstmal zurück in das Gebäude. Und hoffen, dass wir Sachen finden. Munition oder Medi-Kids. Bitte, 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 bitte. Okay. Hier liegt nichts. Okay. Da ist ein Schubfach. Komm. Mach auf. Ach nee. Es ist leer. Ach nee. Was liegt hier? Da liegt eine Flasche. Wir müssen uns dringend heilen. Es ist noch so ein Angriff, das halten wir nicht durch. Gut. Die haben auf jeden Fall keine Munition fallen gelassen. Und auch keine Medi-Kids. Hoffentlich geht das gut. Okay. Langsam hier hoch. Wo sind sie? Okay. Hier ist alles sicher. Ach du Kacke. Bitte. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Okay. Gut. Lass uns weiter die Richtung gehen. Hoffentlich kommen jetzt keine Feinde mehr. Wir müssen das unbedingt schaffen. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Gut. Dann auf jeden Fall weiter nach links. Ach du Scheiße. Freunde. Guckt euch mal den Lebensbalken an. Ist hier oben drin irgendwas? Nee. Okay. Ist nix. Gut. 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 Wie geht das hier weiter? Hier ist Stacheldraht. Okay. Ist ne Tür. Bitte geh auf. Hier geht es auch nicht weiter. Hier? Auch nicht. Es ist arschkalt. Ja. Wie geht das weiter? Gut. Die Türen sind alle verschlossen. Gut. Hier ist ein Tor. Das lässt sich auch nicht öffnen. Und der Zaun? Auch nicht. Wo soll denn das weiter gehen? Jetzt sind wir wieder hier. Genau. Jetzt sind wir wieder hier. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir zurücklaufen müssen. Oder? Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Los, komm. Wir gehen ja wieder rein. Okay. Hier hinten waren wir schon L3. Da hinten müssen wir hin. Na dann. Da bin ich mal gespannt. Dort hinten waren wir doch schon. Jetzt bin ich mal gespannt. Hä? Genau hier waren wir doch schon. Ah, okay. Hier, was geht's? Freunde, wir haben endlich den Weg gefunden. Aber das größte Problem war nicht der Weg. Das Problem ist, dass wir fast tot sind. Der Lebensbalken ist so niedrig, dass wir noch leben. Ist eigentlich ein Wunder. Aber was noch viel, viel geiler ist, ist, dass wir 50 folgen. 50 Folgen The Last of Us. Ich bin richtig froh und kann mir gar nicht vorstellen. 50 Folgen, das ist so eine krasse Zahl. Aber es hat mir richtig Spaß gemacht. Jede Folge macht mir immer wieder Spaß zu produzieren und einfach zu spielen. Es macht so viel Spaß. Und ich freue mich auf noch ganz viele weitere Folgen. Wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann zeigt es mal einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und schaltet auf jeden Fall morgen wieder eine neue Folge. Denn dann geht's spannend weiter. Und ich hoffe, dass wir wieder Medizin finden, dass wir uns heilen können. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal allen einen wunderschönen Tag. Haut rein, Freunde. Bis morgen. Ciao.